Jo Leute was geht herzlich willkommen zu diesem Video und heute spielen wir mal ein Spiel was wir noch nie gespielt haben Zubar ne Daumen oben Ne und heute spielen wir Hitman das spiel ich über die Playstation ich habe mir Gamecatcher HD 60 zugelegt aber ne Scheiße zumindest mit der Verzögerung also diese HD die Gamecatcher HD 60 das sah quasi so aus ich hab dann so gemacht und das Ding ist dann 1 2 und dann ist es rübergegangen und hier guck funktioniert alles deswegen mach ich das jetzt so ja und ich würd sagen wir spielen mal die Mission ich hab das Spiel noch nie richtig gespielt ich hab ähm das mal ich hab mal reingeschnuppert aber wir hab die erste Mission gar nicht erst zu Ende gespielt also ich kenn mich mit dem Spiel so gar nicht aus ich bin gespannt unser Ziel ist Calvin Ritter von dem Prankbrust von dem Prankbrust der originale mhm mit Sonnenbrille und gelbem Jacket die ist halt echt so ein bisschen aus wie Calvin ne als ich einen Direktvergleich machen würde Verwechslungsgefahr Leute das Spiel ist kostenlos im Playstation Store noch zu verfügen zu verfügen zu verfügen das Spiel ist noch im Playstation Store noch die Betonung nicht auf noch verfügbar kostenlos weil das wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder so wird das wahrscheinlich auf irgendeinen Betrag ich sag mal so 20 Euro steigen weil das Spiel ist schon hart geil so gehen wir rüber und ermorden den Typen er würde es ermordet Leute er wird einfach hallo überwältige Junge 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 jetzt kriegst du das Gesicht so tot jetzt verkleiden und nackenbrechen oder genickbrechen nackenbrechen 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 beseitigen weg damit weg mit Abfall macht zu das Schrank vor mir auf dass da Personen ist drin öffnen hallo Welt könnt ihr mich hören ihr dürft mich nicht beim genickbrechen stören so wir sind ja wir sind ja ort nah wir dürfen hier drauf hallo na ich darf hier drauf hallo oh hallo Instinkt oh Tierperson hallo Kevin ich finde dich hallo Kevin ich bring dich um sollten wir den hier obwohl warte du kannst ihn so weglocken echt ja du kannst ihn mit du kannst ich warte jetzt mal für dich ich geh da hier weg vergiften ja doch das könnte zu machen weil das ist das glas von dem Kevin wenn du das ja aber der ist jetzt schon weg und vielleicht kommt noch zurück ne hat sie doch noch anders das volle Säufer ist Calvin ist ein großer Säufer was ist das Gegenstände werfen wenn sie Personen mit stumpfen Gegenstände werfen werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet äh falls falls sie gefunden werden werden sie aufgeweckt dann sorgen wir dafür dass sie nicht gefunden werden ins Gesicht ins Gesicht und jetzt genick brechen das wichtigste knacken jetzt konnte sie nicht mehr aufgeweckt werden jetzt kann er glaube ich nicht mehr aufgeweckt werden so den beseitigen tschüss so Opfer in die Kühltruhe ja passt doch ja wir dürfen durch hallo Herr Wachmann bringen ihn um los dann würde ich glaube ich auch ein bisschen auffallen nein los hallo Privatdeck ich mach das Privatdeck unsicher da ist er da ist er Calvin ja 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 soll man den hier auf Privatdeck umbringen aufpassen Ritter Ritter kennt seine Crew sie können hinter der Bar untertauchen Verstecken oder was ja verstecken uns mal hinter der Bar das ist ein gutes Verstecken ach so so tun als wärst du dann müsste der aber weggehen jetzt schon alles klar ist gerade passiert soll man seine Waffe rausholen dann kriegen wir dann endlich mal eine Waffe bring ihn doch einfach da umschub ja aber da sind äh sicher und passt passt oh 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 jetzt gibt's aufs Maul Junge und ist dann unterhält sich Norfolk schön dass die gekommen sind danke nein nicht nicht vor 6 Uhr ein Gläschen Wein meine Frau besteht daraus also er darf nix vor 6 Uhr linken linken trinken sie ärmster aber gut ihr timing ist perfekt der Computer steht in meinem Büro sollen wir ja gerne nach Ihnen gut gespielt oh oh wir können zwei auf einmal können wir die Musik mal gerade einblenden das die Musik ja zuweilen hallo ja voll angerempelt alles gut alles gut alles gut ich kann so einen Feuerlöscher nehmen und die voll ansprühen hallo pfff hallo ich bin in den Privatbereich ha okay ja dann geh ich dann geh ich hier mal raus was ist das ich bin in deinen eigenen Privatbereich öffnen ahhh das fehlt dufe Sache wir brauchen einen einen Brech also eins Brech oder hey wieso ist da eine Tür Entdeckung beobachten sie das Meeting immer mit LaRuhe Leute immer mit LaRuhe immer mit LaRuhe ahhh mmmm lecker und Leute wie gehts euch so ich bring grad gleich einen um ja auch nie so klavierseite nee Junge sohle anvisieren und schießen oh ich hab mich nicht getroffen ich hab voll daneben geschossen ich dachte der Visite richtig an Junge stürzt boah Junge nein 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 ins Gesicht Junge in Pippelmann okay jetzt warte mach die Waffe weg holt einfach gehen äh oh nein ich bin's nicht ich weiß nicht ich bin's nicht ich bin's nicht bam putz bam oh ok jetzt lauf schnell Sprint Junge das so geht Sprich wieso jockst du ich war's nicht ich hab den Typen nicht umgebracht ich war's nicht oh das sind dann noch mehr Wachmänner hallo ich war das nicht schießen jetzt nein die wissen nicht dass du das bist weil du aussiehst wie einer von denen AHHHHH OHHHHH hast du den umgebracht oder lebt denn jetzt noch opfer alter wie schlecht die sind ich denke ich kann sein sie haben wir kann ich bin euch mit abregelung fühlen sie sich bestimmte ziele bedroht wechseln sie die ich würde gerne entdecken wie ich meine so richtig stecken ich kann nämlich der da treffen stört nein scheiße abgeknallt leute kann das spiel laden das baum jetzt ich glaube jetzt in deckung da schon gut du hast es tut ja da sind wir das mal treffen diesmal am besten treffen so also analysieren auch jetzt gibt doch ein helder direkt erst tot ist tot sobald rotes ist er tot jetzt wissen sie nicht dass er tot ist schon hätte hat viel mehr sinn gemacht zu nur einen schuss abgeben müssen da guck da steht auch gehen sie von bord der yacht da hinten guck da muss ich hier wir haben es geschafft jetzt nicht mehr jetzt am besten am besten sollten wir jetzt nicht mehr auffallen tschüss nein was hast du gemacht nein was wir sollten nicht auffällig sein wir sind unauffällig zickzack laufen dann trifft er uns nicht eintrifft und wenn du jetzt noch stürmst das haben wir jetzt nur oder mit das gemacht wir haben trainingseinsatz gemacht also das jetzt prüfung sollte jetzt das letzte von dieser verkleidung beliebige verkleidung beliebige methode der erste hieß ritter und demnächst heißt neid zufall ich glaube nicht die jasper der jasper der hat es doch trupp jungs im dem dem tut doch keiner was zu leider außer vier flughafen ja so militär so was ich bin doch einfach nur 1 1 1 1 1 feld der armee gott auf kuba das war auch nö ich hätte alle bewaffnet mit maschinengewehr und ich muss die mission spielen ach so scheiße weißt du wie ich wie man steuert ja ja klar immer doch so über springt ich weiß nicht mehr wie man es überspringt alle knöpfe drücken siehst du hallo aber dürfen die mich sehen ich glaube nicht du bist ja noch nicht verkleidet ok niemand hat mich gesehen aber wie soll ich mich denn verkleiden erstmal wiege ich ausdeckung ausdeckung krass würde ich aber nicht tun ne äh quatsch hier auf den button drauf drücken ok so was machen wir jetzt am neue gelegenheit ach du musst den zuhören glaube ich ich bin ich für ein gott ich hab die level noch nicht gespielt naja ich darf hier rein ich komme hier immer legal rein boah hier sind so viele ne ja oh du scheiße WTF da lieber was auf dem button ja cool und damit kann ich den so weglocken ah und du sollst hier die nehmen dann sollst du die hinwerfen keine ahnung welch ist irgendwo ein Punkt wo gewinnen werf mal dahin ah ja und dann kann ich den da überwinden aber wie werf ich wir sind mit L2 kannst du anvisieren nein warte Münze hallo klären sie sich jetzt wachmann du kannst auch immer hinter oh mein Gott ich hab Angst du schaffst weil du schaffst das ich glaube nicht nein ja ok geh mal nach dahinten ich höre ich will irgendwie ja ja genau ich will aber ähm wählen geh mal dahin geh mal dahin jetzt überwinden die mal obwohl die da sind die bewaffneten egal oder soll ich einfach nein lass uns ich könnte du könntest du könntest aber das fällt dir raus auf und dann wie werf ich denn die dumme Münze man hä du hast die da ja ausgerüstet wir sind 47 ich habe die ersten files compiled und uploaded go over them und let me know what you need good to have you back good to have you back